Moin Moin, ihr Chiefman Hunter. Zum Erfolg schweigenes Gold. Dafür sind wir hier im Pechschwingabstieg und müssen Atramedis umhauen, ohne dass einer von uns über 50% im Geräuschpegel bekommt. Das könnt ihr alleine machen und den Boss ruft ihr, indem ihr hier auf diese Glocke klickt. Dann wartet bitte, bis der Boss gelandet ist und wenn er gelandet ist, müsst ihr ihn einfach töten. Das war's dann auch schon und damit habt ihr den Erfolg auch schon. Ihr bekommt wie gesagt an der leitenden Seite ein Action-Symbol. Dieses darf nicht über 50% kommen und wenn ihr den Boss sofort one-hitted, dann geht das Ganze auch nicht über 50%. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zusehen. Hoffe ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ja, abonnieren, kommentieren, liken. Bis zum nächsten Mal, euer Suzaku.